Hallo Kinder, hier ist wieder Ralf, euer Geschichtenerzähler. Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, die kommt vom Rostocker Hinsdorf Verlag. Und der, der hat mir freundlicherweise erlaubt, diese Geschichte heute für euch vorzutragen. Schaut, das ist das schöne Buch aus dem Hinsdorf Verlag. Und es stammt von Isabel Pinn und heißt Du, Du nicht. Kautschuk kam eines Morgens zu uns. Er schlurfte langsam und als er uns sah, da freute er sich mächtig. Kautschuk spielte sofort mit uns Ball und er war immer gut gelaunt. Und wenn er lachte, klang es anders als bei uns und viel lustiger, Kinder. Er sagte aber nie etwas. Wir nannten ihn Kautschuk, denn so stand es auf seiner Bademütze. Aber kein Wunder, Kinder, denn sie ist ja auch aus Gummi, die Bademütze. Naturgummi. Und der, der heißt nun mal Kautschuk. Kautschuk konnte gut schwimmen. Ein bisschen anders zwar als wir, aber so richtig schnell. Und er war immer der Erste, der den Ball aus dem Wasser holte. Und wenn wir alle nach Hause mussten, weil es dunkel wurde, ging Kautschuk immer in eine andere Richtung. Zu der großen Eisscholle, links um die Ecke. Jeden Morgen warteten wir nun auf ihn. Seht, da sind die drei Pinguine. Und dort, das ist Kautschuk im Wasser mit dem Ball. Seit Kautschuk da war, machte es miteinander viel mehr Spaß. Wir tobten und tobten und hatten so viel Freude. Eines Tages jedoch passierte etwas, das alles veränderte. An diesem Tag wollten wir einen Schneepinguin bauen. Und als wir fast fertig waren, da merkten wir, dass dem Schneepinguin der Schnabel fehlte. Wir dachten, dass Kautschuk nun eine Karotte holen würde. Aber er kam mit einem Stein zurück, Kinder. Da ging er noch einmal. Und er kam diesmal mit einer Nuss zurück. Wir lachten, weil wir uns dachten, dass er mit uns einen Witz macht. Da ging er noch einmal. Und kam nun mit einer Muschel zurück. Da lachten wir nicht mehr. Wir fanden es doof. Wir sahen Kautschuk nun genauer an und fanden ihn plötzlich sehr anders. Wir sahen, was uns vorher nie aufgefallen war. Dass er nämlich keinen Schnabel hatte. Gar keinen Kinder. Sondern etwas Schwarzes und Glänzendes. Und unten drunter war ein Loch mit vielen spitzen weißen Steinen. Zähne. Einer von uns fing an, ganz leise zu sagen, Kautschuk hat keinen Schnabel. Ein anderer sagte schon ein bisschen lauter, Kautschuk spricht auch überhaupt nicht Pinguinisch. Und überhaupt, Pinguine haben doch keine Zähne. Und wir guckten ihn sehr ernst an und schwiegen lange. Tja. Bis Kautschuk plötzlich ging. Ganz schnell ins Wasser sprang und verschwand. Und da standen die drei nun alleine da, Kinder. Tja. Und ihnen wurde langsam ein bisschen langweilig. Seit dem Tag kam Kautschuk nicht mehr zu den Pinguinen. Die ersten Tage, ja, da waren wir froh. Wir Pinguine waren unter uns. Allerdings machte das Ballspielen weniger Spaß. Und das Rutschen. Es war einfach viel langweiliger geworden. Und mit Kautschuk hatten wir auch viel mehr gelacht, obwohl er doch so anders lachte als wir. Tja, Kinder, die drei mussten sich nun allein beschäftigen. Aber am nächsten Tag, frühmorgens, da entschieden sie sich, ihn zu suchen. Gemeinsam bei der großen Eisscholle und dann links um die Ecke. Und als sie ihn endlich gefunden hatten, dann nahmen sie Stein, Nuss und Muschel und schlugen ihm vor, etwas Neues zu bauen. Zusammen, zusammen natürlich. Von nun an immer zusammen, Kinder. Seht ihr? Da spielen sie wieder alle zusammen. Alle vier. Tja, Kinder, nur weil jemand anders aussieht, darf man ihn nicht einfach ausgrenzen. Denn zusammen ist es doch viel interessanter. Denn sonst steht man eines Tages ganz allein da. Und das, das macht doch nun überhaupt keinen Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Geschichtenerzähler.